Da-da-da-da-da Greif doch jetzt noch Phobia, jetzt verschwendet sie lieber so. Egal. Egal, Phobia ist halt eher so der Draufgänger, meiner guten Worte. Irgendwann muss ich den Job übernehmen. Will ich nicht so schocken, wenn... Oh nein! Ich brauch nen Eisspiegel oder wie das Ding hieß. Ahahaha! Oh. Was mach ich denn da, Bro? Hehehehe. Feier! Na komm, du auch. Wer zuerst die Gegner tötet hat gewonnen, ähm... Oh, wer hätte es gedacht, Phobia ist es? Oh no, ich bin es! Wow, Phobia belastet! Tja, Phobia, da du zu schnell bist, hast du nicht die Möglichkeit gehabt, bevor wir die Gegner zu zerstören. Und drei Gegner bringen fast so viel Erfahrung wie ein Boss, das ist... Seltsam. Nein! Und ich mache Gegner! Okay, ähm... Warte, wenn ich... Hallo! Wenn ich die angreife mit dem Feuer... Ne, mit dem Erdkack hier... Dann macht Phobia Donner auch auf alle! Oh, sind alle tot? Yes! 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 Oh, genau so was meint die Phobia. Warum machst du das nicht? Weil, guck mal, dann... Das spart uns voll viel Zeit. Und, oh mein Gott, sind hier viele Gänge. Das wird... Schön. Ein Labyrinth. Hm... Vor allem, das ist davor wie das Eis-Labyrinth, glaube ich. Das jetzt als Eis-Pyramide. Diese Pyramide ist mehr Labyrinth als das Labyrinth. Ich war so klar, dass hier ein Monster lauert. Ah, was ist das? Neue Gegner. Darius. Hm... Menschen. Egal, wir machen auch davon einen Halt. Die Monster-Aura, weil er einfach stark ist. Und es wird schon reichen, um sie zu vernichten, oder? Na... Oh mein Gott, nein! Der Pitlumgnade! Hören wir da rauf! Ja, anfällig gegen die Tacke! Eis! Super! Feuer ist toll! Okay, gehen wir mal rein. Hm... Da oben ist ne Kiste, da muss ich hin. Da will ich, wie gesagt. Da oben ist auch ne Kiste, so. Da kann ich das nur mit dem Schwert machen. Ja... Pfeile! Sehr schön. Okay, Axt, Axt, Axt! Okay. Um die Zinnung zu belangen. Jetzt stehen wahrscheinlich überall 5000 Monster rum, denen ich gerade durch Zufall ausfahre. Ha! Ich, äh... Natürlich stehe ich genau da, wo man sie nicht sehen kann. Nämlich in diesen engen Gängen. So, vielleicht schaffe ich es ja sogar mal auf Phobias Level zu kommen am Ende dieses Dungeons hier. Wenn ich ahne mal, dass hier ein Boss kommt, dann glaube ich weiß sogar welcher es war. Tadadam! Ja, komm. Geh, komm. Mann, ich brauch dieses verdammte Eisschild, denn irgendwie nervt das, wenn ich die Gegner nicht sehen kann. Ich will sowieso gegen die Kämpfen, aber trotzdem kann ich mich wenigstens ein bisschen Seelstoff vorbereiten, bevor ich so ins Verderben gehetzt werde. Das ist aber scheiße, wenn ich gleich keinen Zauber mehr habe, dann darf ich wieder zurück gehen um ihn zu heilen oder muss eher gesagt normal gegen die Viecher herkämpfen. Was nicht so cool ist. So, da oben ist wieder ne Kiste, hier ist wieder ein Gang. Mal wieder und da ist wieder ein Gegner. Oh my god, it's- Schock, 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 Bus, Brrr, Seelenwirker. Ja, toller Name. Komm, du greifst normal an. Schwerer Treffer. Tief. Phobia macht das schon. Jetzt brauche ich andere. Oh mein Gott, das wird lange dauern, dich das hier nochmal alles anzugucken. So, Firefug. Phobia, tut mir bitte gleich. Letztes Jahr an Firefug, ebenfalls ein. Der Fisch am Schmiss, lecker. Die würde ich glaube ich nicht essen. Die sind nicht so lecker, die sehen nicht so cool aus, sage ich mal. Monster besiegt, Erfahrungspunkte erhalten, bla. Runter, einfach mal. Monster, warte, hier, lecker. Ach, nö, nö. Oh Gott, die fliegen. Feuer, einfach mal. Einfach mal Feuer, wird schon klappen. Nein, das Vieh ist immun dagegen. Oder die Viecher sind relativ nicht anfällig dagegen, so. Würde ich nicht sagen, dann. Ja, okay, okay. Mach ich, mach ich, mach ich. Nach und nach. So. Oh, warum anfällig? Wetten? Ich war so... Pfff. Genau, Phobia. Und oh, wir haben sie gerupft. Und du stehst... Was? Wieso bin ich versteinert? Was ist das denn? Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Bin ich jetzt immer noch versteinert außerhalb des Kampfes? Ne, gut. Okay, jetzt steht hier noch ein Monster rum. Komm, es war so klar. Es war so zu erwarten. Und what? So viele Gegner hier. Gebt nur Tertakel. Hab ich noch Zauber? Einen noch. Egal. Robert auch noch ein bisschen, ja. Ein bisschen, aber auch noch. Na gut, die sind normalanfällig dagegen. Sie macht 150, ich mach 117 Schaden. Sie ist... What the? Oh mein Gott, das ist ein bisschen glücklich. Äh. 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 Ich schalte lieber auf Automatisch hier. Du weißt dir selbst beim Essen zu helfen. Was zum... Wie viel Schaden hat sie gesehen? Und wie lange geht dieser Engel Gang? Und wie viele Monster stehen da bitte drin? Drum. Nein, nein, die Eiskrabbe! Nein! Riesenkrabbe heißt sie hier, gut. Sie ist immer noch blind. Manche Sachen halten irgendwie nachhaltig an vom Kampf. Das ist böse. Äh. Ich kann dich fast mit einem Schlag töten. Du bist nicht so stark wie die Eiskrabbe. Keine Riesenkrabbe. Obwohl wir halt nicht erstmal gemütlich wären und ich jetzt vier kaltmache. Finde ich gut. So. Ist jetzt endlich mal Ende? Nein, einer kommt noch. Das war klar. Was seid ihr und sowas? Schnabel. Ich habe keinen Sauber mehr. Nein, habe ich nicht. Kacke. Phobia. Aber du hast noch welchen. Wett, du setzt ihn... Oh, wow. Sie setzt ihn ein. Oh mein Gott. Sie hat dazugelernt. Phobia. Ich bin very proud of you. Ähm. Ja. So. Und jetzt kannst du auch nochmal angreifen. Nee, du machst es nicht. Du machst mir einfach nach. Ah, heil mich. Na, okay. Das ist auch noch. Moment, wenn ich immer 40 dazukriege pro Level ab, dann habe ich... Ja, auf ihrem selben Level habe ich trotzdem weniger Leben als sie. Mein Gott. Normalerweise haben die, ähm, die tarten Frauen in Rollenspielen, sage ich mal, immer weniger Leben als die harten Krieger. Aber hier ist es wohl anders oder habe ich auch kein Problem mit? Oh nein. Nein. Ach, Gegner. Phobia. Töte sie. Genau so. Wusch. Spüre meine Axt. Genau. What the... Nein. Ah gut. Sie greift wenigstens die Dinger an, gegen die sie stark ist. Das ist schon mal toll. Er besinkt mich. Ich widerstehe der Attacke. Denn ich bin toll. Und ich schlage vorbei, vor allem. Nein. Phobia, warum verschwendest du deinen Feuerzauber? Okay. Eine Kiste. Zwei Kisten. Und ich hätte da oben fliegt noch ein Monster. Nein. Au. Okay. Äh. Wenigstens bleiben die Gegner einmal weg hier. Also, solange man nicht rausgeht, bleiben die Gegner weg, sage ich mal. Das finde ich auch toll. Und scheiß. Äh. Hier sind immer noch Viecher. Okay. Ich greife den alten Mann an. Die kommen uns für die Birds. Sie macht es sogar. Ich muss sie nicht verstopfen. Was? Zum. Wieso treffe ich denn nicht? Und jetzt bin ich versteinert. Phobia, mach du mal. Ich kann nichts mehr machen jetzt. Ich kann nur Kämpfen drücken. Ja. Achso. Du heilst mich. Ah. Okay. Das ist auch. Will ich auch hoffen. Okay. Sie könnte alles mit einem Schlag töten. Das ist vollkommen egal. Ich muss gar nichts haben. Nein. Okay. Nicht versteinert. Und Phobia, du verschwendest schon wieder deine Magie. Mann. Phobia. Denk doch mal ein bisschen nach. Ich bin hier der Berserker-Charakter. Du nicht. Nein. Egal. Die Gegner sind jetzt hier weg, glaube ich. Der Etage. Für immer und ewig. Und ewig. Und ewig. Und ewig. Und ich glaube, dieser Eistromide wird lange, lange, lange dauern. Einige Videos nehme ich an. Denn ihr seht, wie viele Gänge hier sind. Und ja. Ich werde sie natürlich, selbstverständlich alle abgeben. Ist doch wohl klar. Oh mein, ich kann hier auch rechts rum. Oh. Das ist ein bisschen schön zu... Na. Schön zu wissen, wollte ich sagen. Okay. Aber wenigstens kriege ich hier... Wow. Wow. Ach, so bei drei hat das nicht geklappt, die alle sofort zu gehen. Und die haben noch Gegner? Das war klar. Sieh, man kann so langsam schon abziehen, wo die Gegner sind. Die sind nämlich immer da, wo man auf jeden Fall vorbeigehen muss. Zwangsläufig. Um weiterzukommen. Oh mein Gott, Phobia schlägt vorbei. Und ich treffe. Was ist das? Verquerte Welt. Hacker, Hacker, Hacker. Toll. Dann wäre der Kampf in dieser Runde jetzt vorbei, wenn Phobia keinen Mist gemacht hätte. Was? Was war das denn? Wieso kann der sowas? Okay, das ist scheiße. Hallo? Was soll das? Heil dich nicht an Dauern. Das ist Unpferd. Das ist Unpferd. Das kann nur ich. Okay. Schaltest du mal manuell. Denn du weißt dir selber nicht, was du tun sollst. Da scheiße, oder wenn du den Verzauber verbraten hast. Stück. So. Du sollst die Viecher angreifen. Hier nix heilen, Phobia. Ey. Der fuckt grad ein bisschen ab, der Typ. Und ich glaube ich an den Vorbild. Du schießt den alten Sack von deiner Volke. So. Nix heilen mehr hier. Hier. Warte, wieso bin ich versteinert. Was ist das? Was ist das für eine Logik? Ich greife ihn an und wir versteinern. Und du schwingst vorbei, Phobia! Was machst du denn? Ich hab mich getäuscht in dir. Okay. Super. So. Halmer hier. Ne? Kraftzauber. Beide natürlich. So. Wunderschön. Okay. Hallo Gegner. Ich hab noch eine Minute. 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 Schneller. Okay. Die Viecher sterben jetzt. So. Puschka. Okay. Die lacht mich nicht so an. Das hätte auch ins Auge gehen können. So. Okay. Du bist weg. So. Ob ich noch zur Kiste komme oder jetzt. Ich weiß nicht, ob da noch ein Gegner lauert. Ob da noch ein Gegner lauert oder eine Gegner lauert. Nein. Ich bin drauf. Da ist ja kein Gegner lauert. Oh, das ist lauert. Natürlich nur ein Gegner. Eine Heiskrab aber nur. Eine Riesenkrabbe meine ich. Die sind cool. Die sind einfach zu besiegen. Wenn ich treffen würde. Okay. Ich glaube, das ist die richtige Zeit, sich gleich mit überhaupt zu verabschieden. Ich mach's eben auf die letzte Sekunde eigentlich. Was ist das? So. Weg mit dir. So. Noch eben was aufsammeln. Pfeile gefunden. Awesome. Okay. Ich sag mal, Leute, wir sehen uns morgen bei Mystic Makers oder Mystic Quest Legends. Das waren die Folgen für heute. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freu mich, wenn ihr wieder einschaltet. Deswegen sag ich und jetzt. Tschüss.